Willkommen, die wissen gar nicht, dass sie aufnehmen, oder? Ja, es gibt ja mehr als zu einfachen, ne? Ja, es gibt grün, blau, schwarz, weiß. Es gibt ne grün-schwäche, eine blau-grün, oder war es blau-grün? Weiß ich gar nicht mit. Ja, Simi ist blau. Also, türkis, mehr oder weniger. Äh, ja, Sam. Du darfst mit rot, ich bin der Schasse gehen. Hä? Ist das gut? Simi, bist du schon gespockt? Ja. Ach, ich seh dich auf der Map sogar. Ja, du wirst bei mir grün. Ja, okay, gut. Das ist gut. Also, wir seh dich doch nicht durch die Wand. Wir seh dich durch die Wand, aber... Alter, wieso stand ich eben die Konzone? Kann man jemand sagen, wie ich die scheiß Konzone auswecken kann? Äh, die Tassen neben der 1. Was? Links von 1. Links von 1. Kann ich nicht. Lang gedrückt halten. Ist gut. Äh... Warum hab ich jetzt das falsche Pöck-Tick dabei? Bist du? Hä? Alter, spiel, reg mich doch nicht auf. Sie ist am Start. Was? Ich will nicht mein Perk-Deck wechseln. Kann ich nicht mehr, okay. Ich bin jetzt noch... Ja, ich habe noch eingestellt. Jetzt geht's nicht mehr. Au, hab 18 AP. Oh, ich hab schlechtes Internet gerade. Na, egal. Reicht für die Gegner. Okay, 3 gegen 3. Jungs, wir zeigen unsere Gang. Wir zeigen, dass wir existieren. Du musst jetzt hier bleiben und das verteidigen, oder? Äh, ne, ne. Du musst alle 3... Alle 3 gleichzeitig haben. Wie kam der jetzt so schnell hinter mich? Oh, ich bin auch tot. So, wie kann ich jetzt weg... wechseln? Hand. Ja. Und zwei. Das da. Partner halt. Warum hast du einen weißen Jetpack? Weil ich den nicht verbessert hab. Ach, ich meine er ist verbessert? Ja, schwarz ist verbessert. Oh, das wusste ich gar nicht, dass mein Freund nicht so verbessert wird. Also, wenn man die verbessert, dann haben die weniger Abwinkzeit. Headshot, Junge. Bam. Warte, ich hab so schlechtes Internet gerade. Egal. Bei mir lag das Spiel minimal. Es kann auch sein, dass einfach alles laggt. Weil irgendwie nicht nur mit mir. Wie auch sein. Also, Sam, im Grunde du musst zu den roten Dingern hingehen. E drücken. Kurz. Mit dritt halten jedenfalls. Und dann... kannst du wieder weggehen. Alle 3, wenn die blausen, kriegen wir Punkte. Jetzt zum Beispiel. Das dauert aber lange. Oh, du, 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 du. Nicht mich, danke. Und man kriegt hier richtig viele Einsatzziele Punkte. Weil... Für jeden Bruder kriegt jeder aus dem Team 100 Punkte. Ja, ich weiß. Du hast mich einfach zurückgeschubst. Und wieder? Ja. Ich schubst dich einfach überall. Hä, wo... Was sind die denn, die... bösen... bösen Menschen? Die teleportieren sich einfach. Hinter dir. Hinter mir? Einer ist tot. Ich warte eigentlich die ganze Zeit, dass die zu A gehen, aber die wollen irgendwie nicht. Irgendwie sind die Gegner nicht gerade gut. Wir gewinnen einfach... Ich wollt so richtig... B, okay. Ich wollt so richtig cool so ein... 3-3 machen. Ah, da. Und dann haben wir so schlechte Gegner. Und dann kommen wir noch Spieler rein, ey. Richtig. Arschloch, ey. Das ist ein Arschloch. Ja, danke. Das ist ein Arschloch bei mir. Zehn Minuten lang auf der gleichen Stelle rum. Hier debattier ich mich zu ihm und der ist ganz so anders. Hui. Ey, das ist so assid. Ich krieg sogar noch Schaden, wenn die Gegner tot sind. Mann. Alles ruhige Säger. Geben sie nicht mehr her. Ach so. Das war ein Kollege. Ich will gewinnen. Ich liebe Schild, wenn die es einmachen und dann entschlagen wollen. Äh... War das irgendwie locker easy oder war das einfach locker easy? Ja, ich... Ja. Bad Game, ja. Noobs. Ganz einfach. Ich meine sie ja, sich gegenseitig. Oh. 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 Das ist nichts Tolles. Sam hat besser gespielt und Simi wird immer angezeigt. Ja, weil er einfach nur Punkte gestohlen hat, ey. Echt denn? Ich hab ihn gerettet und dann stelle ich dafür. Sam ist halt auf Kills gegangen und Simi und ich hab die ganze Zeit Punkte geholt. Immer diese Kill-Leute, ey. Ich hab glaub ich nur zwei Kills. Ey, ich guckte mehr. Voll. Don, du hattest richtig nah an mir. Das glaub ich nur irgendwie so richtig Windy mehr. Steht das immer. Ja und das unterstützt meine Aussage ungemein. Simi geht nie auf Kills. Der... Des... Teamplayer. Ich bin einfach ein Teamplayer. Teamplayer, ja. Ja. Hä? Der beste Teamplayer der Welt. Was hat denn das mit Teamplayers zu tun? Richtig? Richtig. Ja und diese ganze nicht immer so lang? Ist es grad Titanfall oder was? Bei mir war noch Ladezeit, als du dir sagst. Also bei mir ist gleich schon die Runde am Anfang. Bei mir auch. Echt? Ja. Jetzt haben wir da mal ne längere Ladezeit. Ja wahrscheinlich erstes, ja gut, die Granate. Er hat sogar ne längere als Simi. Geil. Meins. Ich bin in den Kack doch reingefallen, stell mich jetzt. Jo. Ich hol mal nochmal ne Ladung. Ach, nein. Ich, ich kann dich verteidigen. Okay, das war natürlich auch keine schlechte Rakete oder so. Haha. Ist gar nicht nervig mit dem Legs. Verteidig dich! Kostel ist was trolle! Gut, das war jetzt natürlich dumm, wenn der so ein Schild an hat und ich werfe ne Granate auf ihn. Hm. Jo. Halt's op! Die springen ja rum wie Kickers in Eis. Boah ey. Boah ey. Scheiß Legs! Mein Gott! Der hat einfach 100 HP! Alter! Kann gleich einer von euch die Party leiten, wenn ihr euch ne? Ich weiß nicht, ob es an der Party liegt, aber ich hab immer noch schlechte Rüstung zu tun. Ich hab so kleine Schübe! Hä? Warum ist die Elf denn so scheiße gut? Was? Was? Die Standardwaffe. Ja die Standardwaffe. Warum ist die so scheiße gut? Man kann überhaupt keine Pilze mehr. Ich kann nicht meinen Faust-Kampf gewinnen, Alter. Unfair. Oh egal, das ist... Fisch gehabt. What!? Oho Danke Don! NEIN! Wie wärs wenn wir die Runde gewinnen können? Ja dann mach! Vorsicht Gästen! Keine Gewichte! Zu dies! Bleiben konzentriert! Wir holen uns diesen neuen zurück! Mann! Ich kann nix machen! Scheiße! Ich kann nur erobern! Dreck! Der Oberwasser wird wieder erobern! Mann! Scheiße! Was hat denn der denn? Die roten Dinger erobern! Und halten! Ja! Achso! Hinter mir! Kann man nix machen! Ja gut! Wir können auch mal einen Droid einnehmen! Ist nicht das Problem! Ja dann mach! Do it! I believe in you! Ich kann nur mal sein! Der hat wenigstens Gutes in dir nicht! Wir haben den Runden! Wir müssen nur E drücken und dann können wir wieder weggehen oder was? Wir müssen nur E drücken und dann können wir wieder weggehen! Ja! Ja! Also du musst halt einmal E gedrückt halten und dann kannst du weggehen! Das verstehe ich jetzt auch! Weil ich dachte ich muss mal da bleiben! Siehst du ziemlich, ich hab doch gesagt die Anfänger denken das immer! Der wundert sich warum die Leute am Anfang immer still bleiben! Ja ich dachte weil ihr immer so stehen gebleiben seid! Ja keiner sagt nur was! Das ist alles gut! Wie fickt er mich auseinander? Ist doch Anfänger! Du spielst den Modus zum ersten Mal! Ja den Modus für den Modus nicht anfänger! Ja also! Aber ich bin da keine Anfänger vorm Spiel! Der hat natürlich ne Beleidigung! Komm Don! Aber bekomm ich Punktie wenn ich in der Nähe bin? Du kriegst die immer! Wenn die erobert werden kriegst die Punkte oder so! Wenn du sie selber eroberst kriegst du noch mehr Punkte! Das ganze ziehe viele Punkte! Das gab jetzt schöne Kills! Das ergibt ja übelst viele Punkte! Keine Wunder das ihr vorhin so viele Punkte hattet. gut gut wir gewinnen aber zu können wir eh nicht lang halten jetzt ist der EF so gut EF ist echt gut weiß ich doch, zur Schottung doch du warst voll im Weg als ich auf ihn schießen wollte ganze Zeit ja, geht schlecht, wenn er dann auf meiner Schussbande ist Nice gut, ich würde sagen, das reicht mal für die erste Runde Bellfront und wir sehen uns beim nächsten Mal bis dann, haut rein, tschüss